Der König antwortete Daniel und sprach, wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Im Danielbuch im zweiten Kapitel der 47. Vers und im Philippabrief Kapitel 2 Vers 10 heißt es, In dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das sind die Losungen für den Samstag, 22. August 2020. Beim ersten Wort, wo der König sagt, wirklich euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, geht voraus, dass der König Nebkotnetzer einen Traum hatte, einen verstörenden Traum von einem großen, gewaltigen Standbild, dessen Kopf aus Gold war, die Schultern und Arme aus Silber, die Hüfte in Kupfer gearbeitet und die Füße mit Eisen und Ton. Und dann löst sich vom Berg ein gewaltiger Brocken und zerschmettert das ganze Standbild und fängt auch noch an zu wachsen, dieser Stein, dieser Felsblock. Und Daniel deutet das dann dem König ganz schlüssig, indem er sagt, das sind die unterschiedlichen Weltreiche, die aber alle eigentlich nur ihre Kraft und Macht haben von Gott selber. Und es mahnt eigentlich davor, sich zu hüten vor Selbstherrlichkeit, sondern dass man immer noch weiß, auch wenn man in einer mächtigen Position ist, wer hat mir eigentlich diese Macht und Position gegeben. Und der König fällt eben hier vor Daniel, dem Sklaven, nieder und gibt dieses Bekenntnis ab, wirklich der Gott, an den du glaubst, den du von deiner Heimat Israel mitgebracht hast, das ist wirklich ein Gott, der Macht hat über alle. Und also diese Größe bekennt eigentlich der König. Und um Größe, aber in einer anderen Form, nämlich die Größe auch von seiner Größe abzustehen, handelt der sogenannte Philippa-Hymnus im Philippa-Brief im zweiten Kapitel, die Verse 5 bis 11. Und wir haben ja heute den Vers 10 zu bedenken. In dem Namen Jesu sollen sich beugen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Der Apostel Paulus schreibt diesen Hymnus, den er selber bereits vorgefunden hat, an die Gemeinde in Philippi, die ihm sehr am Herzen liegt. Und mahnt sie eben, oder mahnt ein, dass sie eben wirklich versuchen, auch in die Fußstapfen Jesu zu treten und genau so, wenn es möglich ist, selbstlos zu agieren, wie Jesus das getan hat. Ja, was fangen wir an mit diesen Worten? Ich denke zum einen einfach so innehalten und überlegen, wie groß fühle ich mich, wie erhaben, wie mächtig, wie wortmächtig oder tatenmächtig. Und dass man versucht, wirklich richtig zu gewichten, dass man sich nicht selber überschätzt. Oder vielleicht deutet ihr es anders für euch, macht diese Worte andersbruchbar jedenfalls. Ist es wieder ein neuer Tag, eine neue Chance, unsere Liebe, so wie wir sie geben können, in den Tag hinein zu strahlen und dass sie hoffentlich gut ankommt. Und ihr Grüßet.